Wirtschaft und Arbeitsmarkt leiden massiv unter der Corona-Pandemie. Auch bei der Besprechung am Montag im Bundeskanzleramt wurde deutlich, es muss weitergehen, es muss etwas gemacht werden. Am Dienstag nun die Besprechung im Rathaus mit dem Wiener Bürgermeister Ludwig. Hier wurde ein neues Maßnahmenpaket von 120 Millionen Euro vorgestellt, das dem Arbeitsmarkt in Wien Erleichterungen bringen soll. Hier bei der Pressekonferenz wurden Zahlen genannt, sprich im Jänner 2021 gab es 154.688 Personen, die arbeitslos gemeldet sind. Das ist im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 26,4 Prozent. Man hat sich dementsprechend zusammengesetzt und nun überlegt, wie man den Menschen, die arbeitslos sind, entsprechende Maßnahmen oder Pakete anbieten kann. Vor allem, da es auch die Statistik gibt, dass bis 2030 9.000 zusätzliche Kräfte in den Pflegeberufen gebraucht werden. Das heißt, man hat sich hier zusammengesetzt und entschieden, dass man entsprechende Anreize schaffen möchte, dass beispielsweise arbeitslose Wiener und Wienerinnen sich zu entsprechenden Ausbildungen motiviert fühlen. Das heißt, man hat hier ein Paket von 400 Euro geschnürt, das zusätzlich zum Geld von AMS an arbeitslose Wiener ausgezahlt werden kann und sie dadurch längere Ausbildung oder auch Motivation bekommen, sich in Pflege- und Gesundheitsberufen anzumelden. Die Stadt wird hier auch entsprechende Pakete für die Unternehmer schnüren. Das heißt, die Einzelbetriebsunternehmen sollen beispielsweise 1,5 Millionen Euro bekommen, eine Unterstützung von 2.000 Euro, die ihnen dabei helfen soll, die entsprechenden Pakete auch umsetzen zu können. In der Gesundheit natürlich besonders wichtig, dass auch hier die entsprechenden Fachkräfte gestellt werden können. Auch hier gibt es die entsprechenden Pakete, die vorbereitet werden, damit die Stadt dieses 120-Millionen-Euro-Paket für die Unterstützung der Pflegeberufe, für den Ausbau und auch zusätzliche Motivationen, um Ausbildungen in Pflege- und Sozialberufen wahrzunehmen, machen zu können. Ein spannendes Gespräch, eine interessante Weiterentwicklung.